Schönen guten Morgen hier zu Karlbach. Herzlich willkommen bei den Urdaler Produkten, der schon seit 25 Jahren besteht. Wir sind seit 25 Jahren seit der Bauinitiative täglich an der Naturparkur besteht. Und ja, auch nicht so lange geht es durch alle Produkte. Wir sind als Bauinitiative gegründet für die Interessen von den Bauern, die regionalen Interessen aus dem Naturparkur an dem Naturpark zu vertreten und zu verteidigen. Wir haben am Anfang das nächste Projekte, das ist ja auch noch immer aktuell, wenn ich das nur 25 Jahre bedenke, da ich dann hatte, waren drei verschiedene Sorten Kargepreis. Durch die Produkte haben wir in der Zwischenzeit sechs verschiedene Sorten Muster. Wir haben Völkerprodukte mit einem Bauernleit aus dem Kleever Kanton, haben wir eine Bauern-Genossenschaft gegründet. Wir haben ja mittlerweile alles Tee, mit einem Freund vom See zusammen zum Dealmärm. Also wir haben eine Palette von über 40 Produkten an der Zwischenzeit. Mit Ausnahme von den Nudeln hat wirklich alles bei uns angemacht. Und dafür können wir auch ganz sicher sein, dass der Konsument doch, dass da, wo ein Dollar draufsteht, auch ein Dollar dran ist. Wir haben ein Geschäft, wo wir natürlich all die Produkte, die man auch kaufen könnte, und das geht auf Rondibuch. Alle weiteren Informationen, die finden wir natürlich auf bio.lu. Auch wenn der Leit gerne mehr wissen, von unseren Produkten auch gerne sie will, und wie sie produziert, können sie natürlich gerne beweisen, wie sie das organisieren, von zehn Leuten. Und wir machen das ganz gerne mit Degustation, wie sie das gerne hätten. Abonniert, Falsoキャ lavor. Und man kennt es überall auf dem,